du hast glück in los sanders läuft immer irgendwo ein rennen wenn du interesse als fall zum treffpunkt hau ja du mich auch lappen du was haben wir an kohle kriegt nichts 4000 wie krieg ich die karte hier los ich möchte die karte gerne tauschen gegen die andere karte er war mir die karte einfach ich mag die karte nicht ich will sie nicht fahren eigentlich ich mag sie nicht aber ich muss fahren was meine karte ist franklins karte ich mag sie nicht ich hätte lieber ein bmw drin stehen oder eine audi möchte nie unbedingt haben mercedes schafter zum beispiel oder schwarzer schwarzter als die karte glaube ich sowas in der richtung und irgendeinen sportwagen hätte ich gern aber nicht so was das ist ja verpasst du euch der durchfahren gda oder fahren warum ist das jetzt also klar wenn man durch den tunnel fährt ist es weg natürlich ist die ps ist zeitweise gestört nicht vorhanden zeigt nichts an wenn man durch den tunnel fährt das ist aber so gut weil das sicher bemerkt haben durch so ein taxi fahren dann ist plötzlich die die gelbe linie weg obwohl man eigentlich und so rein theoretisch nach der brise und etwa zweck ist weg das ist ganz normal wie bei gps beim normalen realen gps ist das so wenn den drucken durch den tunnel fährt siehst du halt einfach nur ein zeige hier ein bild vom tunnel so jetzt fahren wir mal da rein mal gucken was es hier schönes gibt hey nein ich wollte auch eigentlich mal nach oben gehen hey hey there you are you are you are so we all good hell yeah we all good we did yeah you fucking a right we did so here's the shot lester's offloading the gems he knows a guy get his 50 cents on the dollar we might actually have a little spending money left that we pay off that psychotic mexican mother fucker cheers so that's that right i hope so the whole job everything about it anyone who knows your file what is wrong with you davy long time no see and what about trevor if that fruit cake realizes no no finds out you're alive you are d o n e fucked don't worry about trevor trevor's dead it's gotta be besides i didn't have nothing to do with it whatever hell it is you talking about yeah really oh hey 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 story had a lucky escape when the thieves ran straight into it yeah i was just doing my job and i said this guy hey you gotta move these bikes i don't know anything about that look at this other guy runs out of the shop he pisses me over and says something like you forget thousands of things every day you make sure this is one of them that's pretty scary back to you in the studio cut here you want to get lit now sugar trevor baby you want you want to smoke up now don't do it johnny don't do it trevor you've been with my girl again i'm speaking with you assholes don't do it johnny i told him trevor i told him we all get high we all get high but that don't make it right leave it the crystal has got us babe but don't make it right don't make nothing right not what you done with me i'm telling johnny leave it i ain't leaving nothing trevor i'm talking to you motherfucker are you what are you saying fucking my girl man it's wrong oh i gotta fuck someone you want me to fuck you instead is that the problem here take off your pants cowboy all right let's let's fuck you think this is funny get them off i told him to leave it trevor i told him leave it leave it shut up ron i'm about to fuck me you met that ain't a cowboy get my boys suck from his toothless gums fuck you trevor oh i still love her hat der sich in die hosen gepisst hey i know hey come on shhh i don't mean nothing by it man i just i know i'm a master i know cowboy it's okay man give me a hug yeah shhh oh ah who the fuck are you speaking to who who i'm talking to you huh you fuck huh next time don't get in my fucking face i just saw a fucking ghost and i gotta hear your crap get up get up fuck you then wait is he shettles that rummert huh don't be cowboys forced our hand we gotta find the rest of the lost die fahren jetzt alle mit ach herr jemini wer ist denn der latten da oben naja me hurts chuldigung ka want to 5 9 a Find them. Really? Uh, my cousin's there, but I don't... Find them, Wade! Does this mean I don't have to come see the bikers? We're in a hurry, but not that much of a hurry. Well, you just get in that bitch Ashley you was in. So, if we bury Johnny in the desert, then they don't need to find out about it. You think it's clever to disrespect women? Disrespect? What? I wasn't disrespecting, I just... Pointing out, we killed her! Ja und, meine Lostschlampe. Erst haben wir sie quickt und dann haben wir sie umgelegt. Wir werden alle irgendwann quickt. Von den Bullen zum Beispiel. Oder von Gangstern. Oder von Treppern. Ja. We're going up to that farm on the right? That's where they're meant to be. Gut, fahren wir rein. Ihr habt doch eine Cissel in der Hose, oder? Hey, brother. Well, you know, as a matter of fact, I just did. Just ten minutes ago. Yeah, I saw her on the end of this penis here. Johnny ain't gonna be cool if you messing with her again. Oh, really? Well, you don't think so, huh? Well, why don't we just ask him then, huh? Hey, hey, cowboy. You mind that I fucked your old lady? Sorry. What was that? Well, no, 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 you don't mind? Oh, because you're a dead man? And the only sentient party you left is this little bit of brain? And the gristle on the end of my boot? Well, thank you very much, cowboy. Bullshit! Oh, I like it, denial. That is the first part of the grieving process, brothers. Now, let's all hold hands, huh? Oh, looks like you got something you want to say, huh? You got something you need to say? This better be bullshit. Oh, where are you guys going, huh? Let's go, ladies. If that van takes us back to the camp, this area ain't gonna have a biker problem much longer. The van's gotta pass, but the guys on bikes? Can go. Did you see the look on their faces? We scared them, didn't we? Yeah, thank fuck they didn't make you for the harmless idiots you are. Ah, come. Vorsicht, Coyote. You need some feet belts back here, or straps, or something. I only keep things in the back, I don't mind losing. Oh, whoa. Whoa. Sharp left. Slow it down. I thought you was letting them go to the others. I can't see us taking out all the bikers disco, but who makes the sense? Yeah. Taking out all the bikers disco, boss? I mean, there'll be some by that airstrip, and some over, you know. Oh, jude. Oh, jude. Now we just sit on this guy until he gets to them. If we go off the side on the left there, we should make it across. Oh! Schnauze. Hier fährt der Chef persönlich. Ah! Woah! Do we know where they're going yet? I got a feeling, yeah, but we gotta make sure. Once you know, you could drop me and Wade at the trailer. Maybe bring Chef to finish that. We do this now, Ron. All of us. Here we go. Come on. You light bulb. How is this going on to drive a car? Huh? Right there on top of them. Ah! What? What's the curious thing? You're right there on top of them. Ah! Ah! You did it, Trevor! They're stopping! Okay. Steig wieder in den Luster. Zwei Vollidioten. Volltrottel. Volltrottel. Ah! Ah! Na ihr Armleuchter. Habt ihr was für mich übrig gelassen? Danke! was haben wir jetzt 60 72 dann habe ich die eier perforiert zum beine lasst sie ruhig kommen die fügel ich brauche die knarre ich brauche die knarre ohne knarre läuft gar nichts die hatten sprachfehler bist du bald tot schießt mir die magazin leer also gut an dem nicht haben wir noch einen schuss was macht denn der hier erledige die biker sowas ähnliches habe ich mir auch gedacht erledigt die biker auch bisher hingefallen mein freund na 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 eeeh Alter! Ja, da oben ist tot, ne? Ja, er ist tot. So tot wie man nur sein kann. You fucking prick! Motherfucker! Ah! I'm gonna kill you and then go play! Fuck it! Boom! Drüben links steht noch einer. Bam! Erledigt! Dat Wiesel! Erledigt! Nein! Das kann nicht sein! Aber jetzt! Jetzt sagen wir, wieviel Mal soll ich denn noch in den Kopf schießen? Das kann doch nicht! Endlich! Das kann doch nicht! Endlich! Da liegt noch eine Leiche! Und das Arschloch! Ich bin okay! Dann können wir wieder runter! Danke für die Knie! Oh! O? Where are you going? It was just getting exciting! Back up brother! Boss, get back now! Wo sind denn die Wiesel hin? Wie die feigen Schweine abkauen. Die so noch mal sind. Die los sind alle feige Schweine. Naja. Kann man nichts anderes zu sagen, oder? Was hat denn die eigentlich... Okay. Raserei. Stimmt, ja, klar, Gerber hat Raserei. Und durch, glaube ich, Kopfschüsse und so kann man diese Raserei, äh, kann man das wieder auffüllen mit Kopfschüssen. Bam! Der macht doch so gern Sachen kaputt. Da oben liegt noch einer. Der hat verloren. Schnellfeuerwehr. Da liegt noch eine Knarre, oder? Kann das sein? Nee, nur eine Dose. Schäbig. Ehrlich. Schade. 48, 29. Hier liegt noch Medik. Drei, Drei. Wo ist das? Ehrlich. Die ist wirklich geschlossen, Kronend. Und? C, Drei.